Am Arsch. Es geht schon um Leben und Tod, aber man muss trotzdem nicht weinen. So Mitte, alle Mitte Richtung A. Ich gehe direkt auf A. Ja Mitte ist glaube ich eine gute Idee. Ja gut, wenn es Cobra absegnet, dann machen wir es halt gut. Ja und ich renne auch noch in der ersten Reihe, von daher alles gut. So es geht alle, ihr geht mitte, 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 mitte. Wenn es ein Drift an mich, bumm. Sag ich ja, bumm. Das ist keiner normal gestorben. Es gab immer nur Headshots übrigens. Der Soldier man, ich glaube ich habe schon mal gegen den gespielt. Ich gehe nur den gleichen. Achja. So B-Rush. Der erste geht Ventroom. Wenn das überlebt. Blint. Nice. Ey, der Soldier eben war auf A, jetzt ist es auf B. Ab und Vent. Toodaloo. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Naja, alles gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Nicht das wild. Das war alle direkt auf Acht-Models. Der in einer Smoke oder sowas gekauft? Nee, war? Smoke, ja. Macht mal langsam am besten, oder? Genau deswegen. So, ich habe glaube ich mehr Team-Damage gerade gekriegt, als durch den Gegner. Ja, wer, wer steht. Alright, verzau'n. Hinterm Lüfter. Der steht immer noch. Und Y. Alter. Yellow ist ins Ball. Nice snowing. Ah, das macht schon wieder Spaß. So, lass es nochmal A probieren, aber diesmal schön geschmeidig. Na, ich würde jetzt eher mal langsam machen, gucken, dass wir picken. Alter. Alter, macht doch sowas nicht. Warum? Alter. Da war doch nicht mal was. Oh, da kam doch einer durch die Smoke. Ja, einer kommt auch hier auf A durch die Smoke. Da haben wir Schwendt. Einer im Wind, ja. Gut, dass wir gekauft haben. Alter, wie offensiv die sind, man. Ja? GW Explo. Ja, ich habe die Bombe, what the fuck. Vorhin stand da bei den Spinden, Aldoran. Bin gesehen. Warte, 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 warte. Da war jemand immerhin. Na, der kommt squeaky und keiner guckt. Ja. Ich glaube, B ist, glaube ich feige. Ja, ich glaube, die lungern Mitte rum. Ich mach hier mal weh. Geht hier mal weh. Ja. Einer aufm Heaven oben. Okay, ist down. Ist ja B durch ja, ne. Na, warum nicht aufm Spot drauf. Gekämtert, dann... Ja, hat er. er kämmt halt auch das ist immer nnnn er muss dann schon den kompletten Spot abdecken stand rechts glaube ich kommt drauf der in die Bombe der war, ah ich kann ihn von vent ok, scheiß drauf leg, leg sofort, 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 leg er kommt von oben da ist nur noch einer, am besten einer setzt sich unter den Heaven und einer hinter die Kiste und dann lass den kommen oder ihr schießt den einfach tot und der Awe mitnehmen, die da liegt wo war der? ja, rein ich kann die Awe droppen, ich hab das meiste Geld merci ich kann auch noch was droppen ja, ich bräuchte was jetzt alle? ja ja, mich mal boosten, bitte pass auf Nicola, ich flashe raus aber ich schaue uns vorzunehmen nice war das mit der pick oder was? bb er ist immer gelb, Komma ah ja genau ah, der ist squeaky oder keine Ahnung name mein GD, ja, GD. Ja, war da wohl jetzt gerade ins Ziel. Achtung, Wend! Fuck! Whitebox-Mitte. Wohin soll ich? B? Ja, geh mal rüber zur B. Ja, da steht's halt ne Awe. Wo steht Awe? Wo ist ein Truppersprenger? LOL Bin doch gehört. N hab ich Mitte weg. Mitte steht Awe noch. Ich hab ich glaube ich gerade, oder? Ne. Whitebox is down. Lent. Das bin ich, das bin ich, das bin ich, das bin ich. Dann zählt die. Ich höre einen Zoom, er ist im Heaven, er ist im Heaven. Ne, war nicht. Ich bin behindert, hat mir leid. Du hast dich vereint wieder. Will jemand Awe haben? Ja. Wer ist ja? Ja, wohin genau. Ja, wohin genau. Try it. Ich kann euch auch reinblenden ins Heaven wartet. Will jemand boost? Will jemand boost? Ja. Mitte gesmockt. Da ist einer durch den Vent gegangen. Einer ist durch den Vent gegangen. Ja. Du Vent? Ja. Du musst jetzt wahrscheinlich rauskommen. Hasten? Ja. War da noch einer? Ne, ne. Ich hab nur aber noch On-Spot steppen gehört und wahrscheinlich Heaven. On-Spot. Schönes Ding. I reject main. Auf gelben Fässern. Direkt rechts. Ja, super. Ja, ja. Er zählt's mir. Er guckt Speedway runter. Gmb. Raun. Sonntags drauf. Danke für eine Follower Mirak. 007-1. Und schönen guten Abend. Ich hab's nicht gesehen. Ich bin heute etwas bisschen durch den Wind. Awe liegt unter Heaven. Weil wir total abkacken hier. Ja, nach der Runde, nach der Runde. Ja, ja. Und ich hab gerade einen random Drop gekriegt. Zufallsfund halt, ne. Nach dem Runden, also nach dem Levelaufstieg. Und es war der Revolver Fate. Ein pinker Skin. Ich so, uh, übelst abgefreut. Und dann, oh, der ist nur noch 83 Cent wert. Mensch. Das war richtig gut. Richtig schön. Das Leben fängt mir heute wieder richtig in den Hintern. Da bin ich gerade Heaven drin. Grenade. Okay, habe ich gesaved. Zero in the flashbank. We are going to win. Ich will nicht wieder letzter sein mit irgendwas zu 20. Keine Sorge. Okay, Platz hören, wie's Platz hält er für mich. Wo gehen wir? Fangers auf CD-Seite an. Ich mach mal ein bisschen Stunk auf A. Soll ich mit da einen reinblenden? Ja, mach. Ja, mach. Mach hier, komm. Throw in the flashbank. Flashbank. Einer 7 oben. Fässer, 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 ja. Und bitte schon raus. Bitte schon raus. Da ist die Munition leer, Mann. 95,3. Einer ist Main, Low, zwei Main. Einer AWE, eine AK. Und die Bombe liegt da auch, ne? Da geht er dann da. Alter. Da ist die ganz ballar. Haben die die Bombe schon gesehen? Ja, ne? Ja, ja, klar. Die liegt mitten auf dem Main. Aber einer hat nur noch 5 AP. Hm. Mann, Spot B ist clear. Die werden sich auch hart eincampen auf A, also. Einer wird wahrscheinlich Speedway picken, äh, gucken. Ich will doch jemand nachladen. Ja. Dann sitzt der... Ach. Ach, der springt vorbei. Stellt er sich oben drauf? Der steht hier links. Ah, ich safe. Ja, mach das. Dann stelle ich mir mit dem Zoom am besten auf die Tür oder so. Kannst du immer. Hier und nicht. Jetzt hast du gesteppt, das haben sie bestimmt gehört. Ich hab nicht gesteppt. Wenn man bis die Pistole in die Hand auf die Entfernung... Dann würde ich nicht mit der Arbeit spielen. Bitte tue es für mich. Los, Gott. Dann fangt die Terroristen. Ach. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr so einen Spiel. Ich habe einen Spiel in die Hand auf die Tür. Ich habe ihn in die Tür. Wie ist das? Nein. Eine Awe wahrscheinlich Okay, mittelste Awe, White Box Es werden nochmal durch die Scheibe auf den Spot Headshot ramp, Headshot ramp Und Awe spot, Headshot und Endspot Wind aufpassen Wind aufpassen Äh, wir müssen verschieben, das Bind ist Ja, muss den pushen, macht den down, dann schiebt den ran Wind ist gerade durch Alter, sind zu zweit auf B, ich renne weg Nice Jetzt, hopp A Hä, hast du nicht auf B gerade zwei weggequatscht? Jetzt läuft mal irgendwo hin Geht auf A Hä, okay Okay Denimates Flashbang Flashbang Der kommt von Mane, oder? Mane Mane aber... Nee, das war der Mane, der gefliegt Der gefliegt Der gefliegt Pender mehr unter Der ist Highway Ja, der hatte eh keine Zeit mehr Ja, klatsch, wir haben noch weg Minus 8 noch Wo ist er? Ja, der läuft mit der Hübschmitte Das hat da eine Aabe, oder? Ja Ja, der hat noch eine Aabe gesaved Ja, der hat noch eine Aabe gesaved Das hat eine Aabe gesaved Achso, Rot boosten O ist er Rot Das hat ein Aabe in der Mitte Entsehend Aabe in der Mitte Den ist er nicht Aabe in der Mitte Über dir, ne? Ach, er pusht Mitte, Mann! Pass auf, ich kann Wendt gehen, Wendt geht auch! Wir müssten zwei uns rot gewesen sein. Ah, Under Elven! Ah, krass! Da ist drauf! Ich plante! Ich plante auch! Zwei waren, oder mindestens einer war weh! Wo ist, äh, Rampe, hier Mitte, keine Ahnung, Flo? Highway! Lass ihn kommen, lass ihn kommen! Ah, jetzt hat er mich auch noch gesehen, ja, Spaß! Ah, ja! Nice! Schön! Schön! Oh, ich war der Letzte? Gut, können wir sehen! Dich pushen, wenn er unter zwei oder... Kann droppen! ...wenn er One, Two und Two spielt, also... Ja, weg ich mir! Ähm... Jetzt! Noch einmal? Noch einmal! Ja, ich bräuchte was ich kann! Danke! Flashbank! Throw in the Flashbank! Einer pusht wieder mal hin! Nur mit Pistol! Whitebox down! Flashbank! Kein U-Low! Ich glaub, die haben Echo! Warte, warte, warte! Grenade! Hast du Band? Ja! Ja! Ich war da! Ah, Mitte push da, ne! Mitte kommt ein Vent Room! Durch Vent mit AK! Ich blende auf den Spot, warte! Ich blende auf den Spot, warte! I throw in the Flashbank! Heaven, Heaven! Glaub ich noch immer nicht! Erst Red, erst Red! Einer K, und einer war Heaven! Wo der von Heaven ist, weiß ich nicht! Kann sein, dass ich den hab! Geht, geht ihm, ich geh zu dir! Ja, kommt was! Das ist nicht zu fassen, Mann! Ich mach ein Hit! Ja! Na, sitzt auf dem Verteiler bei... Speedball! Ah, ist er! Ja, er weiß es einfach! Ah, naja! Das ist das Weißspiel, aber nur wirklich gut! Ja, dann kann ich hochziehen! Erstmal Take-9-Arm rushen, komm! Den Smokes mit! tempsun! Ich geh vom Door! Erstst Auto smaken, bevor wir da reingehen! Pass auf, die spielen ziemlich aggro immer! Komm, komm, komm! So, Komm exercise! ah fuck wo ist schon in der smoke vorne ist in der smoke jetzt catwalk oben awp mit unten kommt hochrechte seite nicht peaken gegen die typen catwalk obwärts catwalk keiner main main raus wo habt ihr jetzt durch den nice er hat durch den würfel geschossen wenn er oben aufs gelände drauf steht peter seinen kopf er findet die baume nicht baume ist mit dem virus da doch so zugesmoked war eigentlich nicht schlecht aber gegen awp kann man nicht so offensichtlich peaken immer am besten verkriechen und dann nahe genug rankommen lassen und dann rauf raschen auf den typen push mich mal einer hier push mich mal einer hier ist immer gut peter 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 Stefan, stell dich doch jetzt nicht mit der OMP auf lang. Also lass da ab, ok. Oder? Ne, M4. Geh da hoch, genau. Der ist CT. Schön. Das Name ist Riff. Machen wir mal spannend, oder was? Ja, als CT holen wir das easy. Ja. Da fang ich dann noch an zu spielen. Wie Erik vorhin meinte, ne? Inferno ist easy win. Gehen wir jetzt auf B, oder? Erik spielt ja auch keinen Dust, also von daher. Eigentlich musst du hier eigentlich immer die Mitte holen. Wenn du die hast, bist du safe. Da ist einer, oder? Ne. Da hab ich nur getäuscht. Warum stirbten wir nicht, verdammt. 20er B. Ah, tot. Ah, er campt auf dem Spot, ich raste aus. Die gehen von Main jetzt Richtung euch, B. Und einer ist noch Mitte. Einer Main, einer von Main Richtung B und der andere von A Mitte. Keine Ahnung. Komm! Hat er gewusst, dass du da stehst. Er hat gar nicht kurz... Naja, das ist schon die Ecke, die man up-aimt, wenn man da um die Ecke kommt. Naja, stimmt schon. Aber Flo hätte einfach früher schießen müssen. Ja, ich... Ging ja nicht. Ich hör ja nix, wenn geredet wird. Ja, kannst du den noch nicht hören. Kannst du das sehen. Flo, das war jetzt... Ne. Doch. Ich hab nie... Komm, komm wir Smog nochmal A zu. Ops. Das war... Fail. Pass auf A drauf. Pass auf Einer kommt immer Agro, ne? Ja, mit Awe kommt der sogar Agro, oder was? Ja, ich hab die Bombe. Ah, ich hab die Bombe. Ja, ist ruhig. Da noch fliehen. Blind für Main. Ja. Okay. Loll war denn der Smog. Einer kommt Main, er kommt Main. Und der guckt dann wieder in die Ecke. Das ist nicht zu fassen, Mann. Nicht, da hat ein AK. Ja. Mh. Mh. Minus 26. Der ist noch immer Main. Nice. Nice. Er war Main. Wo liegt die Awe? Hat die meine Awe? Ne. Doch. Wo? Der F. Einfach nur DOCH sagen? Oh, echt jetzt? Hier, Stefan. Kommt mir in der Awe. Ey Flo, nimm die Awe. Ja. Das ist die letzte Runde? Ja. Oh, das war's denn verkauft. Da ist der Flashbang. Mach mal einer rechts Mitte bitte hier. Bleue. Bläu. Blatt in der Smog. Wenn ich in die Flashbang. Blatt in die Flashbang. Blatt. 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 Der ist es. Blatt. In der Smog links. Da hat's Vent oben. Geht Vent rein. Step was, Mann. Mann, kommt was. Blatt. 50 AP noch ja SB On-Spot Sport Mafia auf Bei der Arbeit braucht einer nur Schützungen bei ihnen Ich glaube K. hat gerade gesteppt Komm mal raus Tür und überrasch den Ja, der steht hinter dem Startler Ich hab ihn nicht Nice Das war jetzt TSB oder? Letzte war ZT Was? So, sag mir jetzt nichts Falsches an Ne, der ist A und B und Spot ok A und Spot B und Spot Ah, das schafft dann nicht mehr Der ist zurück So, jetzt noch zurück, ich fand's noch Ich geh B Jochen Ja So, ja Vielen Dank.